Wer auf YouTube unterwegs war, der hat den Dienst ConvertToMP3.net ganz bestimmt einmal genutzt. Da geht es darum, dass man aus YouTube-Videos die Tonspur extrahieren kann und dann ein lupenreines MP3-Fall hat. Doch damit ist jetzt Schluss. Der Bundesverband der Musikindustrie zusammen mit der IFPI, dem Internationalen Verband der Musikschaffenden, hat dafür gesorgt, dass die Seite dicht gemacht worden ist. Was die Hintergründe sind und wie es jetzt mit den Streamrippern in Deutschland wohl weitergeht, erkläre ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Und die Musikindustrie, die feiert es als riesigen Sieg. ConvertToMP3.net ist dicht. Bei der Plattform ging es darum, dass ihr eine URL zu YouTube angeben konntet. Dann konnte sich diese Datei gezogen werden des Videos und das Ganze wurde nochmal als MP3 zum Download angeboten. Seit Jahren klagt die Musikindustrie und vor dem Landgericht in Hamburg ist jetzt ein entsprechender Vergleich erzielt worden. Der Vergleich sieht vor, dass die Betreiber von ConvertToMP3.net ab sofort alle Urheberrechtsverletzungen, so meint es jedenfalls die Musikindustrie, unterlassen. Vor allem die Domain übergeben an die Musikindustrie und das scheint auch schon passiert zu sein, denn dort prangt jetzt nichts anderes als ein dickes Banner der Musikindustrie, die jetzt sagt, ja wir haben diesen Dienst endgültig geschlossen, denn er war Urheberrechtsverletzend. Das muss man allerdings sagen, dass das Ganze ganz schön umstritten ist, ob denn so ein Dienst wirklich urheberrechtsverletzend sein kann, denn wir haben ja immerhin in Deutschland das Recht auf Privatkopie. Das ist in § 53 Urheberrechtsgesetz geregelt. Jetzt sagt dagegen die Musikindustrie, ja das Recht auf Privatkopie gilt allerdings dann nicht, wenn es einen Kopierschutz gibt. Da sagen die meisten Juristen, naja bei YouTube gibt es eben keinen Kopierschutz. Das Landgericht Hamburg sieht das ein bisschen anders. Die sind offenbar der Meinung, dass alleine, weil YouTube keinen Download vorsieht, dass schon Kopierschutz genug ist und man deswegen auch nicht die MP3-Datei extrahieren kann. Da bin ich persönlich ganz anderer Meinung. Ich meine, dass ein Kopierschutz ein wirksamer Kopierschutz sein muss. So ist es übrigens auch im Gesetz geregelt und einen wirksamen Kopierschutz haben wir hier beileibe nicht, denn hier muss nichts gehackt werden. Hier geht es ganz ganz simpel, dass die Musikspur getrennt werden kann. Aber ich habe die ganze Sache ja nicht zu entscheiden. Zu entscheiden hat das hier das Landgericht Hamburg und das hat seine Tendenz ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Die haben gesagt, dass hier höchstwahrscheinlich ein Urteil zu Lasten von Convert to MP3.net kommen wird. Und wahrscheinlich werden jetzt auch alle anderen Plattformen etwas wanden, die genau das gleiche anbieten. Erstmal werden die aufblühen, aber in dem Moment, wo sie dann von der Musikindustrie gecached werden, werden die doch ins Zweifeln geraten. Denn im Zweifel kann es natürlich teuer werden. Hier ging es um Millionen von Dateien, die kopiert worden sind. Die Musikindustrie sagte, das war so die größte Urheberrechtsverletzung, die wir im Internet überhaupt hatten. Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen, denn was nach wie vor möglich ist, wenn ihr eine Software auf eurem Rechner habt und mit der dann euch eine private Kopie anfertigt, ohne dass irgendein Kopierschutz geknackt werden muss, dann ist das legal. Und das kann man auch nicht durch irgendwelche AGB abbedingen, dieses Recht auf Privatkopie. Das ist jedenfalls meine Meinung, dass jetzt nicht YouTube hergehen kann und sagen kann, ihr dürft euch aber nichts privat kopieren. Nee, nee, das ist gesetzlich letztlich verankert, den 53-Uhr-Höberrechtsgesetz. So lese ich diesen Paragrafen. Aber die Hamburger Richter haben gesagt, nö, hier musste man einen Kopierschutz umgehen. Und dieser Kopierschutz ist eben die Funktion von YouTube selbst. Convert to MP3 hat wahrscheinlich gehandelt, weil sie wussten, sonst wäre es ganz schön teuer geworden. Und die Schlinge hat sich zugezogen. Sie waren ja viele, viele Jahre am Markt. Ich denke, dass jetzt ausländische Dienste, die das gleiche anbieten, aufblühen werden. Natürlich wird der eine oder andere jetzt dahin umswitchen. Manche werden sich sicherlich auch Software auf ihren Rechnern installieren. Dann kann keiner zentral mehr gepackt werden, wie jetzt so ein globaler Dienst wie Convert to MP3.net. Und insofern gehe ich davon aus, dass die Menschen schon andere Wege finden werden. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass man sich nach wie vor noch private Kopien anfertigen kann. Es gäbe auch noch die analoge Lücke. Ihr könnt auch einfach euch YouTube-Videos mit eurer Soundkarte aufnehmen. Auch das darf euch keiner verbieten. Also Convert to MP3.net ist erstmal dicht. Ich gehe davon aus, dass das nur ein Pyros-Sieg der Musikindustrie ist, der jetzt aber heftig gefeiert wird. Ich weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt noch so ein Riesenthema ist, wenn alle Apple Music oder Spotify oder Napster haben im Abo. Aber nach Jahren des Prozessierens hat man jetzt einen in die Knie gezwungen, den man als Übeltäter für den Niedergang der Musikindustrie gesehen hat. Ich bin an eurer Meinung interessiert. Was sagt ihr zum Thema Convert to MP3.net und wie kriegt ihr eure Musik? Schreibt es mir in die Kommentare. Da bin ich sehr gespannt drauf. Diskutiert lebhaft dazu und lasst vor allen Dingen ein Abonnement für diesen Kanal. Da würde mich tierisch freuen. Wir sehen uns hier morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin. A. Hhouse der, bis zum Beispiel. Bauchesehen werden mit in den drei Jahren an